auf der seite besetzt ihr penner ich muss hier raus ja gut baby mit ihren argumenten haut die männer da rein weil so okay das ist cool dass sie auch von der ganz von hinten von der seite ja so war eigentlich gemeint ich bin noch da eben oben drauf gewesen ist das kommt noch mehr dass der machen riesen schritt machen muss wenn er nicht einfach mal sich nur umdrehen ich bin doch da eben traut bin ich glaube ich glaube ich bin nur da eben drauf meine fresse kontrolle auch noch faxen ja eine kontrolle lehren der andere kontrolle macht der verfaxen an zu gd also so schießt die raketen ich so erledigt so so Vielen Dank. Vielen Dank. Alter, warum die Partieanleitung aufhören? Hier ein Rennstatt gebimmelt. Gut, jetzt habe ich die Partie darauf geschlossen. Oder beziehungsweise aufgeschlossen. So, bleibst du die Gegner? Schaltet die Gegner aus, komm mal keine. Der vorne. Ja, aber es ist aktivierend. Wir haben vor allem alle nur Schlagwaffen in der Hand. Ja, Äxte und so. Sonst wäre das alles nicht so einfach. Nee, das ist simpel. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Na ja, hier liegen auch überall Köse und sowas. Oh ja, komm mal her hier. Kleine Säcke. Okay. Ich bin ein Idiot! Das ist wirklich martial art. Ich bin ein Red Asshole. Moin! Oh, komm her! Hilfe! Ich brauche nicht die andere Seite. Ja, ich habe es gesehen. Oh, Gott sei Dank! Hau dich schlecht! Da sind wir da! Komm her! Wo kommst du jetzt her? Da! Du kannst dir draußen rumlaufen und dir passiert eigentlich nicht viel. Wenn sie dich nicht gerade in die Ecke gedrängt haben. Ich bin mal gespannt, wie sie es mit dem Heli dann später machen. Was kommt, was da kommt? Wenn einer kommt, kannst du auch abstellen. Ja, nee, dann links. Ja, okay. Das habe ich auch noch nicht erstellt, aber... Ich weiß nicht, ob du mein Rennen mit drin hast, was ich erstellt hatte. Nö. Okay. Das ist, glaube ich, los Santos Grand Prix oder so. So ein Formel-Rennen ist ja nicht die Stadt. So. Ich komme mal mit nach vorne. Ist langweilig sonst. Komm mal Autos oder sowas. Ich gehe mal mit nach vorne hin. Das ist halt der einzige, was passieren kann. würde ich in der ecke haben da könnte ich wirklich kriegen hier bei mir kann ich war mit einem beschäftigt war kam um die ecke noch ein und gerade zuschlagen ich war schnell erledigt also die mit daher die idee dahinter ist ganz okay aber die umsetzung ist mit dem würde ich so ein bisschen statt jetzt welle 5 zu schwach kann ja noch einiges passieren aber du kriegst hier auch keine neue munizierung wie ich kann sehen ja brauchst du auch nicht wahrscheinlich wenn man das ist also dass er auch keine westen und so was da kommen sie dann geht man auf die andere seite im schrei aber da habe ich auch noch mehr Püppi Fress dich jetzt Aua Well it's next well it's six So, Das kann ich auch, was du kannst. Eigentlich brauchst du noch ein paar Munitionen für den Typen. Du konntest ja wegboxen. Ich habe schon fünf Stück hintereinander geholt, indem ich auf das Gesicht geholt habe. Und das, okay, dann muss ich, wenn man dabei macht es sein, dann müssen wir. Okay. 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 Wie viele Werte sind es immer 7, 8? Ja. na dann da sind sie es gibt ja ein bisschen so ja 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 da kam gerade eine auf mich zu und wollte mich mit messer abstechen und genau in dem moment wo habe ich ein messer ausholt haue ich mich in die fresse hast du nicht gerade gesehen die ganze gruppe nicht bei baby hatte die habe ich doch alle fast alle geholt mit dem schlag ich habe keine munition mehr ja 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 so da kann da packen wir die axt aus mit messer geht es besser mit messer ja da kennst du dann immer mal besser wieder so viel dass wir wirklich jetzt dem und jagger auskommen ich bin tot ich hatte über drei viertel lebte und wir haben ab einem abgekriegt ein messer mit das schaffen wir es bis hierher und dann versaut uns kämpft die quote warum aber wahrscheinlich weil zeit messer war von ihm auch noch und Das war's für heute. Das war's für heute. Die Blutflecken hier überall in der Gasse, ey. Ja, es ist halt Babys Erdmeerwoche dran, ne? Kann ich nicht bestätigen, das wüsste ich. Guter Segler schicht doch was runter wäre, das weißt du doch. Wer denn noch? Der Controller. Ich hab ein Weg gemessert, bin da noch der noch der da aufgegangen. Ja, passiert. Ich hab keine Waffe. Ich hab das Gefecht zu begehen, nur noch. Also, falls du keine Munition hast, ne? Na dann. Challenge ist nicht geklappt, diesmal. Dann krieg ich noch, mein Freund. Ich hab drei Seiten mit Messer beseitigt. Ich hab mich selber hochgesprengt. Mama, ich komme gleich. Das klingt ja auch, ich kennst dich, der Kerl. Das ist die letzte Welle, ne? Gut, ich hab die letzte Welle schon versaut. Darf ich jetzt auch mal? Mich jetzt beschäftigt. Jetzt kommt von da noch. So, jetzt muss ich mich natürlich umstellen, von einer anderen Position. Da wollte ich hin. Guck, wir sind alle am Club anstehen. Leute, was ist hier los? Jetzt wie Männer auf Braunschau. Jetzt hau ab, lass mich in Ruhe. Alter, was geht hier ab, gerade? Waffe leer. So, es fehlt noch einer. Da hinten. Komm her. Ich komm zu dir. Jetzt ist es langweilig. Geschafft. Geschafft. Oh, Alter, wie viele. Das ist langweilig. Das ist langweilig. Ja, das ist langweilig. Das ist langweilig. Ich geh zu dir. Ich geh weg. Ich geh weg. Hier riecht der Fisch. Jetzt überfliegen. Das ist langweilig. 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 Du bist langweilig. Das ist langweilig. oder so in der wixi klo ich glaube nicht dass das noch ähnlich ist oder das ist ja auch wie die walkie wertig am zocken wurde kommt ja angelangt so ist das halt für die zwei mädel heiße mädels unterwegs sind hier in los dann kommen wir zu hauten von männern da kommen wir mehr von der seite jetzt hier hinten ich habe ein so durch der drecksack mit seinem scheiß messer alter eben auch schon von messer weggeholt wurden dass einer dabei auf immer der messer hat das sind die gefährlichen ich habe es zu fliegt mir über Oh, Alter! Alter, verweichere! Oh, Alter! Oh, Alter! Diesmal nicht! die wollen die wollen mit euch auf dates gehen das gehört am tag in you out sag ja wenn wir unterwegs sind dann ist das normal hier was die horten ich habe schon gesehen dass wir hintermüllung wird zu den dahin ich habe das schon gesehen der eine sitz hier oben irgendwo ich habe schon gesehen die wissen aber scheinbar alles über dich die die charaktere wenn der gewisse alles über dich hätte zum beispiel überlebenskampf spielt und wenn ich charakter rufen die manchmal die war der du bist vater die wissen dass du kinder ist obwohl du selber nicht weiß so wenn du zwölf und alle sind auf 20 level das kann ja auch sein keine ahnung ich glaube hier ist ein farbeimer umgekippt wenn wir zu hause unterwegs sind jetzt weil ich auf dem teppich genauso aus ich habe ich mein teppich genau geht doch auf den boden da geht es habe ich kopf kino und dann auch im besten auch hier wo fußbodenheizung dann machen wenn wir baby sich so auf dem boden setzt da jetzt ist das mal gut hier mal langsam wird auch eingehen mit der munition ich sehe es schon kommen nachher beim video schneiden die helfe dieses video ist nur das hier ja gut bei mir wird das ja ein eigenständiges video werden aber später ich bin beschäftigt dass sie dich abwarten können es ist eine biblia Aber ich würde mich nicht wundern, wenn das 20 Wellen sind. Dafür ist das relativ einfach, aber wie gesagt, es wird langsam mit der Munition hängen. Wobei es geht, ich habe nur noch eine doppelläufige Schrot. Niemand sticht so einfach zu, vor allem nicht ohne zu fragen. So, es dürfte jetzt auch zwei Gegner sein oder so. Komm her, mein Freund. Später! Weg mit dir. So, dann haben wir es. Ne, der 13 überlebt. Oh, wieder 14. Ah, 15 oder 20. Das könnte natürlich jetzt sein. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? So, mein Freund. Komm her, jetzt hier. Guck, guck. Spielen wir jetzt hier Tänzen oder was? Da. Alter, Hilfe! Ich bin halt tot. Ich bin tot. kaputt. Kaputt. Ich glaube, das sind alles gar kein echten Mensch. Das sind alles androiden, ne? Ja, ich wollte vorher auch schon sagen, das sieht ein bisschen aus, als würden ganz viele sagen. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Was jetzt? Komm her. Ich muss mal weg hier, weil die mir alle gerade ein bisschen zu nahe kommen. Ich geh mal weg, ne? Tschüss. Bis dann. Hilfe! Kommt ihr jetzt hier? Können wir dich auch alle hier herrennen? Ja. Danke. Aber wirklich gerade, das sind Horn gerade hinter mir her. Ja. Ach, da hängt doch schon einer. Woher sind die denn? Da oben wieder, oder? Ach, bei dir. So, es war ja noch, hä? Nein, da kommt ihr noch runter, oder was? Das war bei dir da oben. Erledigt. Alter. So. Boah, kommt da oben um die Ecke jemand und haut mich vom Beesmuschleger tot. Ich geh erstmal Geld abholen hier. Alter. Moin. Alter Verwalter, ey. Wo kommen sie denn jetzt her? Und so vorne. Na ja, dann kommen ja mehrere Punkte immer mal wieder. Such. Blaik. Ja. Na ja. 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 So Ach, das bist du! Oh, die kommt hier rauf! Hier, die wollen euch wieder ausführen. Boah, da kommt wieder eine ganze Horde. Boah, da kommt wieder ausführen. So, meine 15 haben wir dann jetzt auch durch. Das wird aber eine lange Episode bei dir. Das wird definitiv eine lange Episode, ich wundere mich, dass es nicht zu viele sind. Ja, das kann man mehr. Ach Gott, ey. Wir machen aber auch spätestens Welle 20, dann machen wir Feierabend, würde ich sagen. Zumindest mit der Folge hier. Oder mit dem Ding hier. Weil das wird so heftig. Dann lasse ich mich töten, ja. Weil das hier 50 Wellen sind, ist das ein bisschen viel. Also das ist ganz witzig, halt gemacht, klar. Aber jetzt, wenn man jetzt am Ende zieht es sich ein bisschen. Vielleicht ist es wirklich nur 20, weiß ich es eigentlich nicht. Ich habe doch keine Überlebenskämpfe bestellt, ich weiß nicht, wie die Begrenzungen da sind. Du kannst doch unendlich einstellen. Ja, das ist ein bisschen öde. Ja, das ist schon mal vorne, vorne. Jawoll. Nömal, auf damit ! Wolltest du dich später tüten lassen? Ich bin vorsehen, nicht in die Granate geraten. ich sehe schon ich habe immer mal eine heiße stimmung bereitet die liegen sich aber auch offen weiter zu füßen der horde diese ankommen kriegst du sie kommen ich glaube ich dich alle geil steht fest in der treppe warum auch immer so jetzt so wo sind der rest ich stehe wieder nur an einem punkt die die wegen sich kaum noch wir haben auch kein bock mehr doch 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 ja 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 da kommt einer hoch ich habe schon sind sie denn ja ja von vorne von der seite der film gang ja wo sind sie denn da kann meine so was müssen doch zwei sein das ist schon heftig alter verwalte ja ich habe da keiner liegt ich gehe mal da runter einfach für mich Das ist gut. Oh, halt da. wie viele das auf einmal war ja und noch mehr ja von der anderen seite so nächste seite welche 17 ja 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 aber neues in 18 ja 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 klatsch Das war's für heute. Oh, die noch Baby. Kann sie es schaffen oder ist die Reise endgültig zu Ende? Da ist gerade einer auf Baby zugelaufen und einfach umgefallen. Das war's für heute. 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 So. So. Ach, bist du gestorben oder was? Ende? Hm. Okay. Naja.